ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben fast eine von den neuen Schienen für den Alpen Express Da haben wir gesehen wie eine Schiene Vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück Und ein Euromir Wagen geht auf Reisen Schaut es euch an Wir sehen uns dann demnächst wieder mit weiteren EP Off-Season-News Eure Nie So, jetzt gehe ich erstmal vertreten Da kommt sie Schienen, seht ihr Ein bisschen spät Die ersten Schienen sind angekommen Für unsere wundervolle neue Ein Euromir Wagen geht auf Reisen Und wir wissen nicht wohin Jetzt hat der Urlaub gebucht Na bis dahin Tschüss Bis bald Das ist ja geil Bis bald 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 Bis bald